Der FC Red Bull Salzburg hat die Bundesliga-Pflicht vor dem ersten Spiel im Champions-League-Playoff bei Roter Stern Belgrad mit einem 2-0-Heimsieg über den TSV Hartberg-Spielbericht erfüllt. Die Aussagekraft für die große Aufgabe ist freilich begrenzt, rotierte Marco Rose seine Elf doch ordentlich durch. Einer der Nutznießer, Smail Priviljak, wurde mit einem Doppelpack zum Sieg auch der Matchwinner. Für den Bosnier, der in der vergangenen Saison als Leihgabe an den SV Mattersburg zeitweise nach Belieben netzte, ein wichtiger Eindruck beim Trainer. Ein gutes und positives Signal von ihm. Wir wissen, was wir an ihm haben, deswegen haben wir ihn zurückgeholt und deswegen hat er heute seine Chance bekommen. Ich freue mich für ihn, aber er muss dranbleiben und weitermachen. Das Salzburg-Trikot ist schon kein leichtes, sagte Rose nach dem Erfolg bei Sky. Typico Sport werden jetzt einen 100-Euro-Neukunden-Bonus sichern. Tatsächlich hätte es in Sachen Selbstvertrauen ohne die Tore auch in die andere Richtung gehen können. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, noch beim Stand von 0 zu 0, verpasste der 23-Jährige vor dem leeren Tor einen Sitzer der Marke eine Kunst, den nicht zu machen. Wenn wir diese Chance als Signal werten würden, wäre es in die falsche Richtung gegangen, erinnerte sich auch der Coach an diesen Moment. Neuzugänge zeigten auf fünf Umstellungen Namen Rose im Vergleich zum 2 zu 0 über die Wiener Austriee vor, sogar sechs waren es im Vergleich zum Auswärtsspiel bei Schendia Tetovo. Eine Maßnahme im Hinblick auf die kommenden Aufgaben, insbesondere am Dienstag in Belgrad, ab 21 Uhr im Live-DK. 997 erzielte der FC Red Bull Salzburg bislang in der Bundesliga seit dem Einstieg des Getränkeherstellers beginnend mit der Saison 2005-06. Folgende Diashow präsentiert in einem Ranking jene Spieler, die es auf eine zweistellige Tore-Ausbeute brachten, Bild 1 von 28, Urheberrecht, GEPA 1. J.O.N.A.T.A.N. Soriano 1 2 0 Tore, Bild 2 von 28, Urheberrecht, GEPA 2. Mark Janko 7 5 Tore, Bild 3 von 28, Urheberrecht, GEPA 3. Ellen 5 9 Tore, Bild 4 von 28, Urheberrecht, GEPA 4. Alexander Z.I.C.K.L.E.R. 5 6 Tore, Bild 5 von 28, Urheberrecht, GEPA 5. Sadio M.A.N.E. 3 1 Tore, Bild 6 von 28, Urheberrecht, GEPA 5. Wallon-Berisch A 3 1 Tore, Bild 7 von 28, Urheberrecht, GEPA 5. Takumi M.I.N.A.M.I.N.O. 3 1 Tore, Bild 8 von 28, Urheberrecht, GEPA 8. M.U.N.A.S.D.A.B.B.U.R. 2 8 Tore, Bild 9 von 28, Urheberrecht, GEPA 9. Roman Wallner 2 6 Tore, Bild 10 von 28, Urheberrecht, GEPA 10. Patrick Jelszak 2 1 Tore, Bild 11 von 28, Urheberrecht, GEPA 11. René Aufhauser 2 0 Tore, Bild 12 von 28, Urheberrecht, GEPA 11. Jakob J.A.N.T.S.C.H.E.R. 2 0 Tore, Bild 13 von 28, Urheberrecht, GEPA 13. Marcel Sabitzer 1 9 Tore, Bild 14 von 28, Urheberrecht, GEPA 14. Kevin Kampel 1 8 Tore, Bild 15 von 28, Urheberrecht, GEPA 15. Christoph Leitgepp 1 7 Tore, Bild 16 von 28, Urheberrecht, GEPA 15. Nebi Kater 1 7 Tore, Bild 17 von 28, Urheberrecht, GEPA 15. H.C.H.N.H.W.N.G. 1 7 Tore, Bild 18 von 28, Urheberrecht, GEPA 18. Stefan Meierhofer 1 5 Tore, Bild 19 von 28, Urheberrecht, GEPA 19. S.O.M.E.N.T.C.H.O.Y.I. 1 4 Tore, Bild 20 von 28, Urheberrecht, GEPA 20. Robin N.E.L.I.S.S.E. 1 3 Tore, Bild 21 von 28, Urheberrecht, GEPA 20. Duschan S.V.N.T.U. 1 3 Tore, Bild 22 von 28, Urheberrecht, GEPA 20. Andreas Ulmer 1 3 Tore, Bild 23 von 28, Urheberrecht, GEPA 20. Frederik G.U.L.B.R.A.N.D.S.E.N. 1 3 Tore, Bild 24 von 28, Urheberrecht, GEPA 24. Karel P.I.T.R.K. 1 2 Tore, Bild 25 von 28, Urheberrecht, GEPA 25. Simon C.Z.I.O.M.M.E.R. 1 1 Tore, Bild 26 von 28, Urheberrecht, GEPA 25. J.O.H.A.N.V.O.N.L.A.N.T.H.E.N. 1 1 Tore, Bild 27 von 28, Urheberrecht, GEPA 25. Valentino Lazzaro 1 1 Tore, Bild 28 von 28, Urheberrecht, GEPA, Wir müssen mit unseren Kräften haushalten, gab der Deutsche vor dem Spiel zu. Dabei bewies man gegen Hartberg, welche Qualität auch in der vermeintlichen zweiten Reihe zur Verfügung steht. Priviljak setzte ebenso eine Duftmarke wie Rechtsverteidiger Darko Todorovic, der sich immer wieder gefährlich in die Offensive einschaltete, und Debutant Jasper van der Werf, der in der Innenverteidigung sein fußballerisches Talent anklingen ließ und einen knappen Abseitstreffer per Kopf verbuchte. Es ist statt Tore für Wolf einer der auffälligsten Spieler am Platz gegen die Steiger, aber nicht neu im Aufgebot war Hannes Wolf. Er bereitete beide Treffer stark vor und beendete schon in der ersten Minute seine persönliche Torsperre mit einem Stangenkracher beinahe. Hardern ist das falsche Wort, es wäre mal wieder Zeit. Aber meine persönlichen Scorer-Punkte stelle ich hinten an, so der 19-Jährige, der sich damit ein wenig für das Spiel in Skopje rehabilitierte, als er zwei Sitze erliegen ließ. Er wusste, dass trotz des Sieges gegen Hartberg Verbesserungspotenzial auf dem Platz lag, wir waren in der ersten Halbzeit zu unkonsequent beim letzten Pass. Ein Rose-Wunsch bleibt, so blieb auch beim gewohnt kritischen Cheftrainer an der Seitenlinie genug für die Matchanalyse. Obwohl Salzburg das Spiel stets kontrollierte und schon vor Seitenwechsel 15 Torschüsse abgab, lieferte Hartberg eine solide Defensivleistung ab, die Bullen mussten auffällig oft zu weit schüssen als Mittel zum Zweck greifen. In den Strafraum wurde man selten gelassen. Hartberg war der erwartet schwierige Gegner, den du erst einmal in die Knie zwingen musst. Wir haben am Ende verdient gewonnen, aber ich würde mir wünschen, dass wir es noch ein Stück sauberer zu Ende spielen, deponierte Rose bei seinen Spielern. Nicht alle, die gegen den TSV am Platz standen, werden dieser bitte gegen Roter Stern Belgrad nachkommen dürfen. Textquelle Urheberrecht Laola1.at Wilde Gerüchte – Großer Umbruch beim SV Mattersburg Zum Seitenanfang Mehr zum Thema Comment-Count-Kommentare Rechtliche Hinweise Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola1-Redaktion wieder. Laola1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese Straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola1 zu widerlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Punkt.